Ja genau. Kalt. Hallo. Na los. Läuft sie rein? Noch nicht. Sie will noch nicht. Noch ist sie schneller im Krabbeln. So an der Hand, das geht schon ein bisschen, aber zu mir hat sie noch keine Lust. Oh Mann, jetzt wird es aber hier. So ist das, wenn man das zweite Tor nicht macht. Geh doch mal einer hin, Leute. Geh doch mal einer hin. Ja, das ist so warm. Jetzt weiß ich.